Stress-Videoserie Weil du in diesem Gedankenstrudel bist und wie du das reduzieren kannst Und jetzt im dritten Teil geht es um die Regeneration Das sind bestimmte Dinge, die du schon kennst Aber ich gehe es nochmal ein bisschen mehr schematisch durch Mit verschiedenen Perspektiven und Betrachtungsweisen Und noch ein, zwei, drei Tipps und Übungen Was du tun kannst, um dich richtig zu regenerieren In deiner Freizeit oder in Pausen und Nachtarbeit zu Hause Damit du wirklich wieder fit bist und Energie hast für den nächsten Tag Ganz wichtig ist allgemein zu sagen Dass alles, was du an Regeneration planst Man muss ja auch deine Freizeit ein bisschen planen Dass das nicht auch noch zu einem Stress wird Geh diesem Begriff Freizeitstress Also sorg einfach dafür, dass du die Dinge genießen kannst Und nicht auch deine Freizeit vollstopfst mit Terminen und Dingen, die du unternehmen willst Und dann auch noch zusätzlich von dem gestresst bist Mach lieber ein, zwei Dinge am Abend Dann kannst du es wirklich genießen, dir Zeit nehmen dafür Und renn nicht von Termin zu Termin Die Freunde treffen, die Sportart machen Den Kinofilm gucken, das noch machen Dann hast du noch zusätzlich Stress Also da musst du ein Mittelmaß für dich finden Dass du es wirklich genießen kannst und dabei entspannen kannst Gut, der erste Tipp ist Physisch regenerieren Also du musst unbedingt genug Schlaf haben Schlaf ist ein riesiges Thema Sorg einfach dafür, dass du gut schläfst Ich kann ein anderes Mal noch ein ganzes Video nur über Schlaf alleine machen Aber einfach grundsätzlich mal Schlaf ist natürlich sehr wichtig Und Sport, Bewegung ist sehr wichtig Denn Sport aktiviert ganz viele Körperprozesse Hormone, die ausgeschüttet werden Glückshormone, aber auch Verdauungsprozesse und so weiter Das kannst du alles in verschiedenen Büchern nachlesen Es wird auch dein Gehirn abschalten und dich konzentrieren lassen auf andere Dinge Damit du das, was dich stresst im Arbeitsalltag auch ein bisschen vergessen kannst Und natürlich noch physisch Achte auf deine Ernährung Auch ganz ein großes anderes Thema Aber einfach Ernährung, Schlaf und Bewegung, Sport Jeden Tag ein bisschen etwas Das ist so wichtig, damit du Stress abbauen kannst Und dich besser erholen kannst Zweiter Tipp Distanziere dich zeitlich und räumlich Also gerade zum Beispiel ich als Lehrperson Achte darauf, dass ich 5, 6 Uhr wirklich aufhöre Dafür gebe ich den Rest des Tages Vollgas Aber um 5, 6 Uhr gehe ich nach Hause und nehme nichts mit nach Hause Also ich persönlich, ich arbeite nicht zu Hause Ich arbeite nur in der Schule und zwar Vollgas Aber wenn ich nach Hause gehe, will ich wirklich in meine Erholungsoase Zu Hause gehen und komplett abschalten Zeit mit den Menschen verbringen, die mir wichtig sind Zeit für Sport haben, für andere Hobbys, für Musik, was auch immer Was ich einfach Lust habe Andere Dinge zur Distanzierung Räumlich beispielsweise Ist im Prinzip auch das Handy Also gerade ich, der von Eltern noch erreicht werden könnte Von meinen Schülern Ich gehe bewusst meine Handynummer nicht raus An Eltern Außer ich habe noch ein zweites Handy Das ich dann für Klassenlager und Tagesausflüge usw. benutze Aber ansonsten können mich die Eltern Nur zwischen 8 Uhr morgens und 6 Uhr abends höchstens erreichen Und sonst müssen sie einfach warten Wenn sie mir ein Mail geschickt haben nach 6 Uhr Dass ich es am nächsten Morgen beantworte Das ist etwas, an das sich die Eltern gewöhnen Und in Notfällen können sie auch immer noch irgendwie die Schulleitung erreichen Und im schlimmsten Fall mich erreichen Aber das ist bis jetzt noch nie passiert Wird auch selten vorkommen Aber dort verschiedene Strategien für dich selbst zu finden Wie dass du dich distanzieren kannst Damit dein Gehirn richtig von der Arbeit oder von anderen Dingen, die dich stressen Runterfahren kannst und wieder Energie tanken kannst Gut, der dritte Tipp ist Schau, dass du Regeneration mental und emotional erhältst Ganz viele Studien haben gezeigt Wie immens der Effekt von dem Pflegen Von wichtigen Beziehungen, Freundschaften Mit Familie usw. Wie viele Hormone dabei ausgeschüttet werden Die stressreduzierend sind Und Glückshormone, die dich wieder gut lassen fühlen Und wir wissen das ja Wenn wir Zeit mit Menschen verbringen, die uns wichtig sind Dann erholen wir uns Dann merken wir, dass wir etwas Sinnvolles tun Und zwar unsere Zeit in unserem Leben sinnvoll einzusetzen Und mit den Menschen zu verbringen, die uns am wichtigsten sind Dann mental, emotional kann auch bedeuten Zum Beispiel hilfreich ist Etwas zu machen, das dich zum Lachen bringt Sei es einen Comedy-Film zu gucken Sei es ein gutes Theater zu gucken Auch das hat sich in ganz vielen Studien gezeigt Dass wenn du Sachen tust, die dich zum Lachen bringen Und Humor in deinem Leben hast Oder konsumierst Dann kann das auch Glückshormone ausschütten Und Stressgefühl abbauen Etwas, was ich noch für mich entdeckt habe Und ich habe jetzt keine Studie dazu gelesen Aber gibt es bestimmt auch Dinge Ist eine Musik-Playlist zusammenzustellen Die mich zum Tanzen lassen bringt Also wenn ich habe eine Playlist mit Songs Die ich sehr, sehr gerne mag Und wenn ich die höre und laut aufdrehe Zum Beispiel Respect von Naretha Franklin Oder andere Lieder Du kannst deine eigene Playlist zusammenstellen Und wenn ich das höre Dann geht es mir einfach gut Und ich vergesse all die Probleme, die ich habe Manchmal höre ich diese Playlist auch während der Arbeit Weil meine Stimmung einfach hochhebt Aber auch zu Hause Wenn ich das höre Sei es, wenn ich die Wohnung wieder putzen muss Oder Wäsche machen muss Oder koche Dann hebt das meine Stimmung an Und ich kann für einen Moment Die Dinge vergessen, die mich stressen Und das einfach besser verdauen Okay, vierter Tipp Lerne jeden Tag etwas für dich Neues Für mich bedeutet es Jeden Tag im Zug, wenn ich zur Arbeit bin Zu lesen Und ich lese Bücher, die mir Spaß machen Über Wissenschaft, Psychologie, was auch immer Und das bringt mich einfach persönlich, seelisch weiter Aber auch in meinem Beruf Also ich lese Dinge, die mich interessieren Die mich betreffen bei der Arbeit Und ich lerne jeden Tag etwas Neues Und das lenkt dich auch wieder ab Gibt, füttert dein Gehirn Füttert deine Seele Und bringt dir so viel Also versuch, die anzugewöhnen Im Zug oder zu Hause Ab und zu eine halbe Stunde am Tag zu lesen Das wird dich viel mehr nähren Dein Gehirn viel mehr nähren Als nur deine Zeit auf Social Media zu verplempern Tut mir leid, aber wirklich Auch ich habe es gemerkt, man verplempert viel zu viel Zeit auf Social Media Du lieber gutes Lesen Oder irgendeinen Online-Kurs machen Irgendeinen Yoga-Kurs besuchen Was auch immer dich interessiert Und lern etwas Neues Das wird dein Gehirn nähren Und auch deinen Stresspegel ein bisschen runterfahren Okay, und jetzt ein letzter Punkt Wenn du abends im Bett liegst und einschlafen willst Und immer noch über diese Dinge nachdenkst Und nicht richtig regenerieren kannst Dann hab einen Notizblock neben deinem Bett Wo du die Dinge aufschreiben kannst Und dann kannst du es am nächsten Tag wieder angucken Oder du kannst dein Handy, nicht dein Handy vielleicht Aber von mir aus ein Tablet, was auch immer Wo du dir selber, ich mach das so Ich schreibe mir ein Mail an Dinge, die ich noch denken muss am nächsten Tag An meine Arbeitsmailadresse Und dann liest ich es am nächsten Morgen Und weiß ich wieder, dass ich das noch erledigen muss Einfach neben dem Bett etwas aufzuschreiben haben Damit du dein Gehirn richtig runterfahren kannst Und vielleicht besser nicht das Smartphone Weil du musst wirklich dafür sorgen, dass du vor dem Schlafengehen Dein Gehirn runterfährst und dich wirklich erholen kannst Okay und auch in diesem Video habe ich einen Bonustipp für euch Und es ist der gleiche Bonustipp wie aus dem allerersten Video Wie man die Auslöser von Stress anpacken kann Also wer das schon gehört hat und den Auslöser davon kennt Der muss das hier nicht gucken Und zwar ist das diese Dankbarkeitsübung Das bedeutet, jeden Tag schreibst du dir morgens Oder im Verlauf des Vormittags drei Dinge auf Ich mach's in einem Excel-Dokument Du schreibst dir drei Dinge auf, für die du dankbar bist Sei es, du bist dankbar, dass du gesund bist Du bist dankbar, dass du Menschen hast im Leben, die dir wichtig sind Und mit denen du Zeit verbringen kannst Du bist dankbar, dass du Essen auf dem Teller hast Du bist dankbar, dass du tolle Hobbys machen kannst Wenn du das täglich tust Und ich habe auch am Anfang gedacht Nee, das mache ich nicht, das bringt doch gar nichts Aber irgendwann im halben Jahr, nachdem ich es gehört habe Und in verschiedenen Büchern gelesen habe Dass das in Studien echt hunderten von Leuten geholfen hat In großen Unternehmen Und ich habe es ein paar Mal gemacht Und es ist wirklich immens, welche Auswirkungen das haben kann Probier es einfach aus Du wirst merken, dass du dann eine andere Brille aufsetzt Als wenn du ständig diese Stressbrille hast Von Probleme, Probleme, Probleme Wenn du dann plötzlich dir täglich drei Dinge Das dauert eine Minute, das zu notieren Notierst, für was du dankbar bist Dann wirst du diese andere Brille aufsetzen Von, hey, das Leben ist gar nicht so schlecht Ich habe noch Dinge, die mir gut tun im Leben Täglich, Tagebuch, drei Dinge notieren Für die du dankbar bist Glaub mir, probier es mal aus Es ist immens, welche Auswirkungen das haben kann Gut, das war für dieses Video Ich hoffe, ihr habt viel gelernt Und ihr könnt diese Strategien angehen Und euren Stress möglichst stark minimieren Wir sehen uns das nächste Mal Macht's gut, tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal